2. Deutschland hat den vierten Stern. Am 13. Juli 2014 ist es endlich soweit. Deutschland steht gegen Argentinien in Rio de Janeiro im Finale. In einem dramatischen Spiel enden die ersten 90 Minuten 0 zu 0. Alle hoffen auf die Verlängerung und endlich schießt Mario Götze in der 113. Minute das Siegestor. Ganz Deutschland freut sich über den vierten Weltmeistertitel. Schon 2006 galt bei der 18. Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland das Motto »Die Welt zu Gast bei Freunden« und versetzte die ganze Nation in ein wahres Fußballfieber. Jetzt wurde der Traum wahr, nach 1954, 1974 und 1990 endlich wieder Weltmeister zu sein.